Eine Insel ohne Berge Zwei Typen ohne Kohle Ein Plan ohne Aussicht auf Erfolg Eine Reise, die ihr Leben verändern wird Pommes Porno Popstar Das 80er Jahre Musik-Mafia-Männerbuch von Thomas Kowa und Christian Purvin Für Lesefaule und Analphabeten auch als Hörbuch erhältlich Ebenso zu hören Zwei Die erste CD von Purvin und Kowa Mit dem Parallelwelt-Hit Du